Folgt mir! Mir nach! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Rimm! Ihr werdet alle sterben! Verstärkt die Deckung! Rimm! Kämpft! Ihr werdet alle sterben! Verstärkt die Deckung! Tod und Verzweiflung treiben euch! Zurück mit euch! Rimm! Ihr werdet alle sterben! Verteidigt euch! Die Linien dürfen nicht brechen! Ein feiger Angriff! Ja, ihr habt mich geschworen! Der Tod ist nur der Anfang! Ein ehrloser Hinterhalt! Die Linien dürfen nicht brechen! Ein ehrloser Hinterhalt! Wir haben schon wieder Verluste! Noch zwei Kriegsherden und die Feder raus! Der Tod ist nur der Anfang! Auf mein Kommando! Vorwärts! 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 Sofort! In die Schlacht! Euer Blut wird im Boot! Schließt die Reihen! Ein ehrloser Hinterhalt! Ein ehrloser Hinterhalt! Ein ehrloser Hinterhalt! Halte durch, Männer! Die Linien dürfen nicht brechen! So, probieren wir, dass wir das Lager schnell einreißen! Gut! Auf mein Kommando! Vorwärts! Eure Gegenwehr ist vergebens! Schnell! Sofort! Ja, da kommt der Ange- Watschelt der direkt auf meine Base zu? Und los! Der watschelt auf meine Base zu? Sofort! Folgt mir! Gebt euren Befehl! Sie belagern unsere Stadt! Da kommt er nicht weit, weil... Er gelähmt wird! Okay, an meiner Verteidigung zu sterben... Alles klar! Zu Befehl! Ist vielleicht auch nicht grad die schönste Art... Ach, ich kann ihn auch einfach so plündern... Boah, er hat die Rune... Wo ist jetzt... Mein Questgeber? Da ist er! Was?! Surt ist besiegt! Hier ist der Lava-Rubin! Ihr seid ein guter Krieger-Mensch! Ich wünschte, ich könnte eure Taten noch mit meinen Augen miterleben! Berichtet von dem dritten Fluch, Agamon! Oh, das ist ein Geheimnis! Ihr habt mich auf diesem Pfad geführt! Jetzt bringt es auch zu Ende! Ach, mein Gedächtnis, ich kann mich nicht erinnern! Nur das weiß ich! Diebische Kreaturen stahlen Uthor immer wieder Wasser und Fleisch und machten ihn damit sehr zornig! Aber eines Nachts lauerte er ihnen auf und schleuderte seinen dritten Fluch auf sie! Und was war der Fluch? Mehr weiß ich nicht! Diesen Teil erzähle ich so selten! Ihr... Ihr werdet es selbst herausfinden müssen! Straft die Diebe und der Fluch wird vergehen! Ja... Und den Lava-Rubin... Können wir wegspeisen! Genau, hier... sind ein Haufen Tote Ordensmitglieder mal wieder... Und wir müssen uns jetzt mit Goblins... Und wir müssen uns jetzt mit Goblins... rumschlagen... mit Goblins und Biestmenschen... Und dann gucken wir mal, wie wir am Mosaik vorankommen... vorankommen... gut, ich habe auf jeden Fall jetzt eine... Auf mein Zeichen! Riesige Armee! Kann ich mal alle auswählen, fällt mir grad so aus! Was wünscht die Rune? Zu euren Diensten! Für die Ehre! So könnte ich alle auswählen! So könnte ich alle auswählen! Okay, ist auch... Auf meinem Befehl! Ist auch halb so wild! Sofort! Jetzt heißt es hier durch... und die ganzen... Folgt mir! Gobos töten! Auf mein Zeichen! Sofort! Für die Rune! Achtung! Ein ehrloser Hinterhalt! Achtung! Sie sind überall! Der Tod ist nur der Anfang! Feindlicher Angriff! Ein ehrloser Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Die Linien dürfen nicht brechen! Ein feiger Angriff! Hier! Auf mein Zeichen! Doch, wir sollen uns rächen! Mir nach! Folgt mir! Ja, das Gute ist, die Goblins selber können eigentlich nix. die bieten sind da schon ein bisschen glaube ich schwieriger oder auch nicht eure gegenwehr ist vergeben bringen wir es zu ende die deckung der tod ist nur der anfang feindlicher angriff und verzweiflung treiben euch ein feiger angriff schlagt sie zurück und verzweiflung treiben euch schließt die ein schlagt sie zurück ein ehrloser hinterhalt auf mein zeichen schlag sie zurück wir sind der tod das wasser scheint etwas zu bewirken der wasser flucht der die beim wasser scheint sie zu vermehren eure gegenwehr ist vergebens eure gegenwehr ist vergebens der tod ist nur der anfang ein ehrloser hinterhalt erfahrungspunkte erhalten mir nach da gehen wir jetzt heute mal nach dann oben zum wasser lasst uns kämpfen ok wir haben zwei todesritter verloren ein feiger angriff sie sind überall feindlicher angriff preach tot und verzweiflung treiben euch durch auf Ihr werdet alle sterben. Ein feiger Angriff! Kriegt ihr den eigenen Goblin da irgendwann mal tot? Na also. Deswegen kommen sie nämlich alle nicht. Da kommen wieder welche. Unverzüglich! Unverzüglich! Hier wäre halt der kleine Hain, wo ich... Wo die... Elfenhausen... Oh, ich hab... Nor wird uns rächen! ...als einen meiner Heroes. Zu Befehlen! Gebt euren Befehl! Nor wird uns rächen! Sie sind überall! Feindlicher Angriff!